Aber die Meinungsfreiheit kennt Grenzen und die beginnen da, wo gehetzt wird, da wo Hass verbreitet wird, die beginnen da, wo die Würde anderer Menschen verletzt wird und dagegen werden und müssen wir uns stellen in diesem Hause und das werden wir auch hinbekommen, meine Damen und Herren, denn sonst ist diese Gesellschaft nicht mehr das, was sie ist.